Willkommen! Es macht mir Freude, mit Ihnen die deutsche Sprache zu üben. In diesem Video können Sie die fehlenden Vokale in einem Wort vervollständigen. Ich hoffe du magst es! Kleider 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 Heinrich Kleider Ruhm Belogen Notfall Hinweisen Osin Risiken Mehr Böse Schaff Böse 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 Oh. Antwortet. Warten. Plan. Geschäfte. Kultua. 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 Hübscher Geflogen Vielen Dank, dass Sie sich das Video angesehen haben. Vergessen Sie nicht, die deutsche Sprache zu üben. Bis bald!